willkommen mein name ist und ich begrüße euch zurück zu let's play king m2 final mix letzten folge haben wir sind wir sind alle 52 geil der letzte folge haben wir luxor fertig gemacht und jetzt sind wir auf dem weg zum nächsten boss kam verfolgerlich noch ein paar niemand kaputt kloppen um die überform hochzuleveln noch mal raus aus der welt gegangen und wieder reingekommen damit die gegner ja wie spawn und es hat funktioniert du in wahrscheinlich ein paar drei war einsetzen ich muss ein bisschen zeit sparen wir sagen wenn da immer die schnell 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 sehr blöd hat er immer noch ein gegner auftaucht die dinger sind gut gebrauchen war warum ja auch die dinge zu erfüllen so nur okay nur wenn ich mich zurück verwandelt das ist ein doof da kommt er dauert jetzt nicht lange das ist so ein dreck fast alle der leeren melodien habe ich dann für ihr noch ein level abkriegen damit gleich so treffen lassen von denen auch meine sollte nicht töten später gibt es ein viel besseres gebiet wo man hat hochleveln kann ein ganz langer weg 19 oh gott nicht mal die hälfte an war das ist ein neues welchen die pose die sora macht da ist ja nur ein naja bitte nicht nur wie einfach die typen hier sind einfach die typen in der überform sind meine güte da ist nur folger noch mal und ein aber du jetzt haben wir gleich direkt im boxkampf wir haben immer eigentlich immer noch eigentlich genug zeit auf jeden fall die drei form voll weil ich möchte ein anderes schwert ausrüsten für diesen kampf ist wieder ein schwert besser geeignet ist für diese situation und zwar ich dachte ich hatte da ausgerüstet hier der seelenwächter wieder für situations brust wir haben ein papier bekommen naja was haben wir denn hier was ich dachte ich auch bekommen weil ich habe immer geht ich wäre okay ich bin stark als donald und da war die sphäre gott noch einmal kurz rein und raus und dann gehen wir auf der nächsten kampf mit dem tanzenden prophet im mondlicht ich das heißt ist weil er ist der einzige der noch übrig ist außer dem das dann sind wir eigentlich schon vom vorletzten story bus ja eigentlich nicht vom vorvorletzten glaube ich und wie you could have made it this far in one piece process that's really getting old donald und gofi in der reihenfolge jetzt standen sie vorhin standen sie freund dann direkt wieder neben ihm war die print name same fate und da war meine ansage war doch nur wind meine güte ok komm her der kampf ist ein bisschen abhängig so die gut dass hier ablaufen könnte das heißt ist ein kleiner beserker dreht hier ein bisschen durch da war aber wenn wir die schwerter von neben nehmen dann wenn man ganz schön platt das hat nicht viel abgezogen was wenn er nicht im besser kann man es ist eine sache gestellt also schon fast harmlos hoch lädt sich auch mal wir haben jetzt schon drei balken aufgezogen weil wir sagen muss kommt er glaube ich auch weniger schaden ist immer noch nicht sein gesicht zeigen dann nehme ich nie später irgendwie mitbekommen sein gesicht aussieht da google schön mal noch schön mal so können jetzt schon gewesen sein eigentlich danach kommt er nicht mehr zu viel angriffen das ding sieht gar nichts ab ich habe mir mehr abziehen mit dem seelenmächter boff ne sein versagt hat dingen fühlt sich jetzt noch auf man ich wollte mal zeigen so kommt sich da ok nein daneben macht gar nicht ein anderer angriff aber jetzt macht er den einen vollkommenen ich drehe vollkommen durch angriff da habe ich getroffen da habe ich mal auf schnell mal da können wir noch schaden machen aber das ist nicht so einfach und das war's für dich ja noch unter zehn minuten meine gute wie nummer zwei also er ist nicht die nummer zwei aber er ist die rechte hand von sam nas nummer zwei ist sick war es war ganz schön schwach so auch da war knapp ja da war jetzt sehr einfach ich bin so gut für das spiel bei einigen posten dafür gibt es eigentlich eine einfache erklärung so dass die organisation 13 mitglieder so warum kingdom hearts wo ist mein hart und Oxas Thema ich das ist verrückt ich habe niemals eine heart oh genau es war es war wenn du mich kamen zu retten mich Xemnas war der der er konnte die 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 dass die darfen ja es sind ja ich man alo und haben sie sich das erste mal getroffen verstehe ich nicht mit wahrscheinlich in days irgendwie erklärt aber ich habe jetzt nicht mehr in erinnerung warum nicht du quit come on zora i thought you were stronger than that so it's true you really are his nobody guess dis was right after all what are you talking about i am me nobody else how many times do i have to beat you all right you left me with no other choice what i have to release the power in my heart the dark power that i've been holding back even if it changes me forever warum kann er diesen herzen jetzt nicht schwören bei herr excepted it Ach du meinig, das kommt ja etwa ungelegen. Das. Er konnte es fühlen, Sora. Ogi hat dir gesagt, wie er heute gefühlt. Das ist so... Ridikulös. Und niemand kann nichts fühlen. Wenn er ihn mit Sora hat, könnte er Dinge anders sein. Naja. Und so kam es ja sehr viel später. Ich glaube vielleicht irgendwie so ein Jahr oder so. Ne, nichtmals. Ich glaube vielleicht nicht, dass ich ihn nicht verletzt habe. Ich denke, er hat die Organisation verlassen, weil er wirklich wollte dich treffen. Roxas. Ich wünschte, dass ich ihn auch hätte treffen können. Die Reaktion. zwar okay noch ein anzen bricht wir vielleicht doch vielleicht auch nie lesen werden wir sind hier ist nicht hier noch ein sticker nein okay ich könnte schwören so 8 wir machen jetzt erst mal eine katzen noch die zeit kommt noch hier mit gezeits noch drinnen und da soll man jetzt gegen zweiter level ich habe ihnen jetzt ein bisschen länger aber manchmal die ich weiß was jetzt kommt noch zwei räume jetzt kommen verdammt wenn ich dachte wir kommen jetzt schon zu denen nennen jetzt Where data created from real hearts I was convinced that they would think and behave the way I had envisioned But I couldn't have been more wrong A heart is so much more than any system I saw it when Roxas and Kyrie crossed paths I knew that I was too stubborn to accept it It's always the same I tried to wrap my mind around things my heart already knows Only to fail While I was trying to bring Sora back I had so many plans in store But once Sora was an acting force They fell apart All my research amounted to nothing Compared with that one boy's heart Handsome, a machine! All the more proof that hearts cannot be contained by data Run, my friend! It's going to self-destruct and anything could happen What? Your majesty! Our daughter! Sora, the rest is up to you And Roxas I doubt you can hear me But I am sorry Handsome! My heart is telling me what I must do Please allow me to do what it says No! No! Riku! His heart has decided We can't change that I was wondering Who would dare interfere with my kingdom hearts And look Here you all are How convenient for me Anson the wise You look pathetic Have your love Ich brauche so viel, wenn du zu sehen, dass du von der dumm du bist. Die Studierenden nehmen nach ihren Lehrern. Nur ein dumm wäre dein Apprentiz. Nach allem, nichts davon hätte passieren ohne dich. Du bist der Grund von allen, Heartless. Es war deine Forschung, die mich inspiriert, zu gehen weiter als du, als du. Du bist der Grund. Ich versuche, dass mein Vergnügen hat Chaos zu mehr Worlds gebracht, als einer. Aber was du hast? Du mich aus dem Welt, nur um meinen Namen zu nehmen, und weiteres Forschung, die ich vergessen habe. Ist das die Antwort, die du hast? Alles das und mehr. Ich stehe, was du selbst begann hast. Und ich schreibe eine ganz neue Welt, mit einem Herz auf jeden Fall. Ich dachte, dass du mich würdest. Aber alles, was du immer machst, ist mich zurück. Ich verstehe, aber... Ich denke, du hast ein Herz. Und du kannst es nicht zu kontrollieren. Du bist durch die Jealousie, die du fühlst, für den Studenten, der dich überrascht hat. Und du bist. Und du bist. Und du bist. Und du bist. Du bist. Und du bist. Und du bist. Und du bist. Ich. Und du bist. Und du bist. Und du bist. erst nach dem gespräch extrudier ist ja sie nach hinten zurück und da gehen all die herzen und da sind die niemanden herzen weil sie dir noch verjagt nach herzen da kommen wieder schatten durch ich habe in dieser stadt irgendjemand lebt dieser dunklen wolkenkranzer stadt neben mir noch riku riku Und dann sieht man alles gut aus. Was war das? His eyes couldn't lie. Lie? Und wer du versuchen zu schrauben? Huh? Huh? Myself. Riku, komm mal, Mann. Warum hast du so viel versucht zu machen? Du hast Freunde, wie uns. Habt ihr es vergessen? Ich erzähle dir, warum. Weil ich nicht ein totaler Sat, wie du. Sag das wieder. Was wollen wir denn? Was müssen wir tun, Riku? Wir müssen den Zemnus verletzen. Er ist die letzte Organisation. Genau. Das liegt irgendwie auf der Hand. Hey. Come on. Mantel abgenommen, Klamotten angezogen. Jetzt können wir endlich losgehen. Mit Riku team. Hahaha. Na, aber da mein' alles hier. Itemboos weg damit. Ah. Das hat ja sogar nicht drin, ey. Ich krieg die Krise. Gib mal deine ganzen Sachen. Das ist mir doch gedacht. Sag Gott. Dann würde ich sagen. Das war's dann für diese Folge. Außer es kommt noch eine Cutscene. Ich glaube. vorbei. Und dann. Ja. Kommen wir noch gegner. Ja. Machen wir die noch schnell platt. Kannst du das wagen? Mach mal schnell die Platz. Und dann gehe ich zum Speicherpunkt. Gleich nochmal. Ich nehme das Ding wieder vollkriege. Mal gucken. 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 双01 esté nen äcional ist test billions in ungeschehen und vergleich zum ding ja un Vers하겠습니다. Und hey perfekt. Ich würde sagen. Wir machen hier 1 schnitt. Wenn ihr das wieder gefallen hat, dann könnt ihr bitte 1 art feedback hinterlassen. von meines kommentars eines likes eines abos und was auch immer dann würde ich mich sehr freuen wenn wir uns in der nächsten folge sehen würden von king number 2 final max ich bleibe mich alle zuschauen und tschüss bis zur nächsten folge